Schön, dass ihr euch eingetroffen habt. Wir werden jetzt ein elektrisches Schmankkreis für euch hier an den Tag legen, an den Tag des Herren. Ein Lied, von uns gespielt, wir, die wir uns nennen, Spielleut, Spektakulatius! Jubel! Ein Lied über uns gar selbst, wie wir uns einst fanden, vor über 580 Jahren, in der Schränke zum goldenen Schüsschen. Die Älteren erinnern sich, ne? Die Älteren erinnern sich. Wir haben uns damals in der Kneipe, glaube ich, auch getroffen. Und haben dort beschlossen, Musikantin zu werden, auf das wir verarmen. Und es ist passiert. Es ist passiert. Und deswegen beginnen wir nun zu spielen auf Geheiß des Königs, der will, dass wir hier die Töne vollbringen. Und ich glaube, die Lagerleute werden uns gleich erdolchen. Aber, so soll es sein, wir müssen unseren Obolus ja irgendwo herbekommen. Beginne. Und da schickst du auch noch was sagen? Ja, bitteschön. Ach, nein. Nee, doch. Dann doch. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt soll ich nur laufen, egal, ich bin schon da. Das Fressen, Kürzen, Saufen, das find ich wunderbar. Ich bin ganz gut gefahren, wohl übers Weitere Land. Ich bin ganz gut gefahren und storte auf der Hand. Mit grünen Hexen, sah ich die Jungfrau gehen. Die sah mich an den Schrecken und ließ mich lupfen stehen. Ich bin ganz gut gefahren, wohl übers Weitere Land. Ich bin ganz gut gefahren und storte auf der Hand. Ich bin ganz gut gefahren und storte auf der Hand. Ich bin ganz gut gefahren und storte auf der Hand. Ich bin ganz gut gefahren und storte auf der Hand. Ich bin ganz gut gefahren, wohl übers Weitere Land. Ich bin ganz gut gefahren und storte auf der Hand. Ich bin ganz gut gefahren und storte auf der Hand. Ein ganzer Chor hier neben uns. Du denn.